Ich begrüße Günther Wewel von den städtischen Bühnen in Dortmund. Aber der Pass, aber der Pass, der trinkt ein riesengroßes, ganzes Pass. Ich habe mir einen Starrgast gewünscht, ich habe mich so gefreut, dass sie zu uns gekommen ist. Kammersängerin Anneliese Rodenberg. Liebe Frau. Frühling in Wien, Frühling in Wien, drum ist der Himmel so blau. Drunten im Park blüht der Jasmin, da widersteht kein Frau. Ich weiß dort von Hecken und Büschel verdeckt, einen Pavillon für uns beide versteckt. Und auf allen Wegen dorthin blüht der Jasmin, das ist der Frühling in Wien. In mir klingt ein Lied, ein kleines Lied, in dem ein Traum voll stiller Liebe blüht. Für dich allein, eine heiße, ungestielte Sehnsucht schrieb die Melodie. Wir haben ja viel gemeinsam, also schon der Name, die gleichen Buchstaben am Anfang. Dann SCH und K am Ende. Aber was dazwischen liegt bei Ihnen, ist das O über das hohe C. Bei mir nur EN. Und der Unterschied besteht auch noch darin, wenn wir in einem Lokal abends ankommen, auf der Wanderung, dann sagt er, wird am nächsten Morgen, gestern Abend kam der Schock an. Das war ein Geschenk. Und wenn ich ankomme, sagt er, gestern Abend kam der Schenk an. Das war ein Schock. Es war einmal ein dicker, fener Blunzen, Der hing in einem Metzgerladen-Trichtchen. Das war fein und zierlich und hatte eine weiche, weiße Haut. Und auch der Blunzen, der hatte dicke Banken und war an sich auch gar nicht schlecht gebaut. Er hätt so gern die Liebe ihm gestanden. Doch ach, seufzt er, es hat doch keinen Zweck. Denn unser schönes, zartes Leberwärtschen Ja. Hing viel zu weit von dem Verliebten weg. Wahre Lieb lässt sich nicht unterdrücken. Sie geht zusammen, vereint durch dick und dünn. Und wenn ich mal so zwei Verliebte blicke, denk ich an Blunz und Leberwärtschen hin. Ja. 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 Ja.